Wenn das Details nicht die hellsten Lichter auf der Tat sind, wissen wir ja, aber das ist so ein dummes Volk, die zerstören ihr eigenes Paradies. Dort ist es jetzt morgens um 9 Uhr, Vollidiot. Und wenn du Glück hast, dann hast du das aus drei verschiedenen Stellen. Und weil die ja, Teils sind ja feige, die sind nur stark, wenn sie besucht sind. Das geht denen alles auf den Sack, aber die machen nichts, die sahen nichts. Gesichtsverlust oder man könnte ja auf die Fresse kommen. Ja, und die Regierung macht auch nichts und die Polizei macht auch nichts. Da runter sind die nächste Idiote. Das ist der abendliche Alkoholiker-Treffen. Die sind anscheinend auch schon wach. Die waren gestern Abend auch kräftig dran. Da hattest du aus. Jetzt hast du Musik von hier und Musik von da hinten. Die sind geisteskrankt, da kannst du mir erzählen, was du willst. So geht man nicht mit dem Paradies um und mit den Nachbarn. Ich finde Pisa Platz 60 noch ziemlich unertrieb. Drehst du dich? Ja, die andere Musik von gestern war noch von der Uni. Da hattest du drei Stück. Du wirst von Lärm erschlar, von Plastik erschlar, von Auspuffgase erschlar. Der alltägliche Wahnsinn nach solch langer Zeit. Das ist ja schon Körperverletzung, was die in dem Ort hier machen. No electric power. Not pandemic- worden. Not pandemic. Clearly spaß. Untertitelung des ZDF, 2020